Ich habe doch gar nicht mit einer Pistole geschossen. Das ist ja schon das zweite Mal jetzt. Was ist das? Das ist der Bonus oder was? Keine Ahnung. Was passiert hier? Was erhoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Hm? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Echt super. Hello! Warte mal Zeit, aber die Leute wissen gar nicht, was sie machen sollen hier. Kommt Jungs, Vollgas, rein hier! Da fliegt jetzt eine Nate, Junge. Was sag ich dir? Ist das jetzt hier die Stellung oder was ist da los? Ach nee, tot! Dort? Alter, es war doch... Doch hier! Hä? Wo glauben Sie landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. Ja. Ist alle. Ein bisschen irritierend. Aber nur ein bisschen. Hier schiebt ein Elefantenarsch zur Tür rein. Tür zu, Mann, wir haben Winter. Schnauze! Unsere Bude! Mach auf! Nein! Ich verrecke wieder an der Granate! Oh, hör mir doch auf, Alter! Ein paar Schuss abgeben. So, jetzt kommen sie... Jetzt kommen sie alle raus aus ihrem Scheißhaus. Aus ihren Dreckslöchern. Nach außen mit euch! Da sind sie schon. Junge, die waren aber schnell aus der Bude raus. Wieso denn ich? Der stand vor mir! Ich fall um! Come back! Come back! Baby, come! Oh! Was war denn das? So hab ich dir ein zweites Loch in den Arsch geschossen. Der Fettsack hängt hinter der Pflanze, Junge! Und immer waren sie warm und lecker. Und heute hab ich den ersten Big Casey gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung fest geschmolzen. Reißt ihm seinen dämlichen Sack ab, dass er sich nicht vermehrt. Kommt um die Ecke. Muss das sein, dass ich von hier hinten loslaufe? Andere, die Stellung ist dort. So, jetzt lege ich mich ja geschickt ins Gras. Ich knall alles ab, was hier angelatscht kommt. Was der hat denn, Alter? Schön für dich. Bin ganz stolz. Reg dich nicht auf. Wir werden schwer getroffen. Nimm's einfach so, wie es ist. So. Hässliche Kuh. Hier hängt einer über den Tresen, Junge. Der ist mir ja direkt in den Schuss gerannt, der Trottel. Na, wir haben vorhin die Waschmaschine und eine Waschmasch... Äh, Quatsch. Waschmaschine. Tiefkühltruhe. Abgeholt. Und da hab ich mir etwas die Hand aufgerissen. Völlig ungewohnt, diese Scope. Wir haben alle 10 Objekte verloren. Naja, warte. Ich bin doch schon dabei. Beruhigen sie sich. Ah. Mann. Wir waren gerade dabei, A einzunehmen. Himmel. Das hab ich gesehen, Alter. Ich halte dir den Rücken frei. Das hab ich gesehen, Alter. Oh. Was ist sicher, Charlie? Nicht mehr lange. Matze sicher, Charlie. Sag das an jetzt. Ich rette Charlie. Ja, bin doch schon dabei. Verweiter! Ah! 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 Praktisch einen durch den anderen ersetzt. Uh! Da hängen euch ein Laufen sehen. Da will ihr uns im Runden. Aber die Rechnung ohne den wird gemacht. Ah! Hä? Das zählt aber nicht als Doppelkill. Wir haben zu viel Zeit dazwischen. Duna! Da mach ich mal hier das Ding hin, das Gummiding. Wir haben es ja schon mal. Oh! 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 Zünde mal den Marschflugkörper. Na los! Keiner da oder was? Doch hier. Den hat's zerrissen. War es mich direkt mit oder was? War ich dort? Keine Ahnung. Was ist eigentlich eigentlich eigentlich? Weil ich hatte eine gute Posen. Das ist ein Objekt Alpha gesichert. Junge damit hast du nicht gerechnet. Was? Ah, hast du nicht schlecht aus der Wäsche geguckt? So Idiot. So wir machen wir jetzt hier. Na hoch mit dir! Er hängt dran wie an der Wäscheleine. Wie ein nasses Hemd an der Wäscheleine. Alter, was soll die Scheiße? Ich spring doch mal nicht dran, um mich dran festzuhalten. Da soll sich gefälligst hochziehen. Bäh. Fotzen. Ich wollte zum... Bäh. War auch so keine gute Idee gewesen. Irgendwas schoss. Irgendwas schoss in meine Richtung. Ich habe meine Munition gekreppt von dir, Junge. Drohne ist raus, Männer. Macht was draus. Was? Ja, natürlich rennen die davon, Junge. Mit Schmackes, Junge. Diese bekackten Amateure. Ist das die Möglichkeit? Auf die letzte Sekunde schießt mir noch einer die Kauleiste weg. Ey. Aber ich habe den letzten... Ach gut, weil wir gewonnen haben. War das der letzte Kill. Okay. Z-Form Geschwindigkeit. Was hast du dir gemacht? Oh. Sie hat es dir gemacht. Es interessiert mich doch nicht. Nein. Rein. Rein. Ah. Oh, Alter. Da. Er hat es auf mich abgesehen. Ihr kleine Hurensöhne. Er wollte mich. Unbedingt. Klingt. Achso. Oh, der Helikopterschützer. Alter, scheiß die Wand an. Alter, scheiß die Wand an. Gucken, ob ich den hier aus dem Fenster runter schießen kann. Junge, schieß mal mit hier auf den scheiß Heli. Wo ist denn das Dreck denn? Ich komme gar nicht so steil hier. Hä? Ja, mach hin. Den müssen wir... Ah. Keine Munition und keine Waffenkiste. Schießt. Wie ein vollbekloppter. Waffenkiste mache hin. Oh, da sitzt der eine. Hoch hier. Wir haben hier eine Munition. Oranglenden Tod. Aber warte, hier kommen sie gleich. Ey, da waren wir zwei, Alter. Ich mach mich... Lass mich hier nass machen, Alter. Ich hasse mich. Komm zurück, mein Trainer. Scheiß goldenen Waffen, Alter. Wie hast du das Gold gekriegt, Alter? Sag's mir. Komm, hier hören wir rauf, Alter. F***. Liegt da nur im Dreck, Alter. Die liegen nur rum. Ja, wenigstens ist der mal gelaufen, der andere. Der eine stand schon wieder nur hinter der Mauer. Königsmörder. So weit kann es mit dem König nicht her gewesen sein. Der Lappen. Schade, ey. Meine ganze KT im Arsch. Bloß, weil ich hier in ein fertiges Spiel reinscheune, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Das hasse ich echt. Ohne Witz, das hasse ich. Weil du kommst gar nicht richtig ins Spiel rein. So, weißt du? Dann kriegst du erst mal direkt Kasala. Ohne 1,2 fast. Ist okay. Ist auch immer gut, dass die Schrift über der anderen Schrift steht. Das finde ich fantastico. Fantastico.